In drei Wochen sind wir hier Profis in dem Ding. Sogar wahrscheinlich in einer Woche. Oh, ich muss, glaube ich, eine Kopfbedeckung kaufen. Ballert ganz schön, ne? Und es ist erst 11. Die Mittagssonne kommt dann so 14 Uhr. Ist dann richtig fies. Mach dich nackig und mach dich frei. Oh, das irritiert echt, dass die da drin rumreiten, die anderen. Du warst da nie, äh, bin ich jetzt beim richtigen Pferd? Ah, Füße, Füße, Füße. Ich? Ja. Warum? Waren die gerade drauf? Meine Füße. Ne, seine. Ja, die waren drauf. Und der? Ja. Okay. Ich bin rausgegangen. Okay. Ich weiß eigentlich jetzt mittlerweile schon so, wo sie Gas geben, wo du Gas geben musst und so. Oh, sehr schön. Ja, sehr gut. Der war perfekt. Super. 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 Ja, sehr gut.